Okay, aber ja, wenn du da nicht findest, musst du da hinten gucken, du wirst schon finden, du machst da auf den Weg, tust du deinen Geruchsartikel präsentieren, du bleibst hinter dem Auto, dass der Hund das nicht unbedingt sieht, damit wir mal sehen, wie weit der Nase braucht. Welche so eine motivierte Versuchspersonen habt? Bitte? Welche so eine motivierte Versuchspersonen habt? Ja, das ist wichtig! Aha, bleib stehen, nur nicht ziehen, ne? Ja, super! Ja, super! Wir haben Fein gefunden!